Weinprobe in der Bodega Teil 2. Degustation. Das sind zwei Bottillas oder eine Bottilla? Eine Bottilla. Eine, zwei, 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 zwei. Das sind diese hier. Das ist die Kleing. Das ist die mixture. Das ist gut. Er versucht ihr gerade zwei Flaschen Cherry zu verkaufen, Jerez, weil der eine ist ja zu süß, der andere ist ja zu trocken. Und jetzt hat er sie eine Mischung kosten lassen, hat er selber zusammen gemischt, ein bisschen was aus jeder Flasche. Und jetzt muss sie natürlich die zwei Flaschen kaufen. Er ist ja zu scherisch. Aber nicht genug, nicht genug, nicht genug. Also, sie hat sie geguckt. Und sie hat ein Mischung. Ein Mischung. Und jetzt muss sie sich die zwei Botteeien. Und natürlich, wenn sie den Preis demanden. Barato, barato, barato. Es ist nicht scher. Es ist nicht scherisch. Es ist nicht scherisch, es ist nicht scherisch, es ist nicht scherisch. Oh, regardez. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ein Tableau mit den Bouchons. Ein Bild mit Weinkorken. Ein Bild mit dem Bouchons. Ein Bild mit dem Bouchons. Ja, das ist nicht scherisch. Ein Bild mit dem Bouchons. Ein Bild mit dem Bouchons. Ein Bild mit dem Bouchons.